Herzlich Willkommen crypto-Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab Leute? Ich hoffe ihr hattet einen wundervollen Start in diesen Tag. Was haben wir für Informationen für euch? Was haben wir für News? Der Kryptomarkt, der verhält sich noch positiv. Wir haben diese Korrektur, die wir erwarten, noch nicht gesehen. Ich sag noch nicht. Abwarten, schauen wir mal, was noch kommen wird. Wir haben interessante News für euch. Empower Oversight hat die SEC ja verklagt gehabt, weil sie Informationen haben wollten bezüglich des Himmels-Speeches. Und jetzt haben sie herausgefunden, die SEC hat gelogen, weil sie behauptet hat, es gäbe gar keine Dokumente, es gäbe keine Informationen. Und was für eine billige Ausrede die jetzt raushauen, weil sie die Dokumente vorher nicht gefunden haben, finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben auch dazu noch einen kleinen Update zu SEC vs. Ripple, was da genau los ist. Einer der größten Hacks, die es gab in der Geschichte, war bei Bitfinex. Es wurden 3,6 Milliarden Bitcoin gestohlen. Das US-Justizministerium hat jetzt dafür gesorgt, dass die US-Regierung der größte Bitcoin-Halter der Welt ist. Ist natürlich fort, viele, viele schreiben da irgendwie sowas hin. Das sind die beschlagnahmten Bitcoins jetzt einfach, die sie gerade haben. Die werden natürlich den ursprünglichen Besitzern zurückgegeben. Wir haben Informationen, das ist jetzt interessant, zu Stablecoins und der Federal Reserve, denn sie haben einen Bericht rausgehauen und äußern sich jetzt auf einmal sehr, sehr positiv den Stablecoins gegenüber. Ja, warum wohl, ja warum wohl, wenn sie bald mit ihren eigenen CBDCs raushauen, mit ihren eigenen digitalen Bankwährungen. Sehr, sehr interessant. Dann habe ich was von Dan Penney, falls jemand den nicht kennt, er ist als Trillion Dollar Man bekannt. Er gibt Seminare, wie man Firmen kaufen kann. Und der hat mir was zu Bitcoin gesagt. Und er hat gesagt, hey, er hat da so eine Verschwörungstheorie und hat gesagt, Putin hätte Bitcoin erschaffen, um die US-amerikanische Wirtschaft kaputt zu machen. Und diese Verschwörungstheorie geben wir gleich noch ein kleines bisschen Futter. Aber das ist einfach nur Spaßes halber. Hey, aber kann auch was echtes dran sein. Man lacht so lange darüber, bis es sich auf einmal als Waren puppt. Darum weiß man nie. Aber ich sehe das eher humorvoll. Aber gucken wir uns das mal an, Leute. Schauen wir mal an, was wir zu bieten haben. Ja, was ist hier passiert? Wir waren auf 45.000 hochgegangen. Eine kleine Mini-Korrektur nach unten gesehen, aber nichts Außergewöhnliches. XRP war mal so richtig stark nach oben gegangen. Korrigiert jetzt, wie der Rest der Altcoins eigentlich. Der Großteil der Altcoins ist am runterkorrigieren. Bis auf diese kleinen Prozentchen hier. Ein bis zwei Prozentchen ist hier. Und du sagst, Leo geht hier mal wieder ab. Ist mal richtig nach oben geschossen. Ich habe mir den Coin immer noch nicht angeguckt. Ich weiß immer noch nicht, was das genau ist und was die machen. Muss ich mal vielleicht machen. Aber jetzt würde ich da sowieso keinen Cent reinstecken, nachdem er solche Anstiege gemacht hat. Und wir investieren sowieso niemals in einem Bullenmarkt ganz oben. Daher gucke ich mir das erst im Bärenmarkt wahrscheinlich erst an. Aber interessenshalber nur, was die machen, würde mich interessieren. Nichtsdestotrotz, gucken wir uns mal an. Alles so ein bisschen verhalten. Geht jetzt nicht so steil durch die Decke, wie wir es in den letzten Tagen langsam gewohnt waren. Der Market Cap war auf zwei Billionen hoch, ist jetzt wieder auf 1,7 Billionen runter. Bitcoin Dominanz hat ein kleines bisschen nachgelassen. Ist nicht mehr so stark. Wir waren über 42 Prozent, sind jetzt hier wieder ein kleines bisschen nach unten. Gucken wir uns mal an. Jetzt kommt, was hat der vierte Greed Index gemacht. Wir sind zwar immer noch bei neutral, aber wir sind um die 50 herumgegangen und bewegen uns in Richtung Gier. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant, wie der Sentiment direkt swappt, wenn wir nur eine kleine Bewegung nach oben sehen. Würde mich mal interessieren, wie das nach 11 Stunden, wie wir sehen können, wenn die neuen Daten hier reingespeist werden. Was dann genau hiermit passieren wird. Und das ist halt das, was wir immer wieder sehen, bevor eine Korrektur kommt. Swappt direkt. Überlegt mal, letzte Woche waren wir hier irgendwo noch, oder vor eineinhalb Wochen, waren wir hier irgendwo noch bei 11, 12, bei 10. Dann haben wir uns eine Weile bei 20 gehalten. Und jetzt kleiner Preisanstieg. Ein kleiner Preisanstieg. Und es dreht wieder durch. Aber so ist der Mensch normal. Und das zeigt eigentlich immer wieder, man weist eigentlich immer wieder darauf hin, dass wir eventuell kleine Korrekturen noch sehen werden, bevor der stärkere Anstieg mit der All-Coin-Season kommt. Aber gut, das ist spekulativ. Das können wir nur abwarten. Also, Tee trinken und abwarten, Leute. Gucken wir mal. Bevor wir auf die News eingehen. Liked, wenn ihr mögt, was ihr hier seht, Leute. Abonniert diesen Channel, wenn ihr tägliche News zu Kryptos und Hintergrundwissen zu All-Coin haben möchtet. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann schaut das Video bitte von vorne bis hinten durch. Das tut dem YouTube-Algorithmus immer gut. Und als Sahnestückchen könnt ihr das Video auch teilen. Damit YouTube endlich mal versteht, dass er uns weiterempfehlen soll. Okay, Leute. Gehen wir mal auf die News ein. Was haben wir da? Die US-Notenbank hat sich jetzt zu Stablecoins geäußert und das tatsächlich auch noch positiv. Es dürfte daher über Stablecoins sogar eine Art Brückenfunktion von der digitalen Welt zum Traditionsbanking entstehen. Weil die nationalen Währungen über Stablecoins direkt an das Fiat-Finanzsystem angebunden sind. Sehr, sehr interessant. Doch um all die Risiken einigermaßen steuern zu können, so das Fazit, müssten die digitalen Dollar auch ausreichend mit richtigen Dollar gedeckt sein. Und genau das ist derzeit das große Fragezeichen, etwa bei Stablecoin Tether. Weil niemand so genau weiß, ob die hundertprozentige Bedeckung mit richtigen Dollar auch tatsächlich gegeben ist. Ja, und das ist das große Problem. Darum sind die auch im US-Staat New York verboten. Und sie haben ja selber zugegeben, dass es nicht komplett mit US-Dollarn gedeckt ist, sondern eventuell mit anderen Assets, mit anderen Kryptowährungen, mit Bitcoin eventuell. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung das geht mit Tether. Halte ich für gefährlich. Vor allem, wenn wir uns gleich angucken, was Tether mit Bitcoin macht, wenn er mal an Dominanz fällt oder steigt. Sehr, sehr interessant. Aber es geht hier trotzdem in die richtige Richtung. Wundert mich aber nicht. Denn die wollen ihre eigene Zentralbankwährung raushauen und die wird wie ein Stablecoin hier funktionieren. Und natürlich müssen sie jetzt anfangen, Stablecoins etwas gut zu reden. Wäre ja komisch, wenn sie hier sagen, Stablecoins sind schlecht und was weiß ich. Und dann bringen sie ihren eigenen Stablecoin raus. Das wäre ja mal so richtig komisch. Dann würden sie erstmal komplett das Vertrauen zerstören in solchen Stablecoins. Und dann kommen sie auf einmal an und sagen, hey, jetzt haben wir unseren eigenen benutzt, unseren. Der ist nämlich gut. Wo sie es dann davor irgendwie schlecht geredet haben. Würde keinen Sinn ergeben. Darum interessant, in welche Richtung das geht. Was haben wir hier noch? Das ging jetzt. Empower Oversight hat ja die SEC verklagt gehabt, weil sie die Pflicht haben, ihre Informationen der Öffentlichkeit preiszugeben. Und das haben sie nicht getan. Und Empower Oversight hat sie deshalb verklagt, weil die haben nach Dokumenten verlangt. Und die SEC hätte ihnen gesagt, ja, es gibt gar keine Dokumente dazu, zu der Will Hinman Speech. Und das hat Empower Oversight natürlich nicht so im Raum stehen lassen und hat die SEC verklagt. Und jetzt auf einmal sind über 1000 Dokumente rausgekommen. Und die hat Empower Oversight dann bekommen, um dort einzusehen. Und jetzt ratet mal, wo der Fehler denn war, dass die SEC ursprünglich nichts gefunden hat. Ja, denn der SEC-Mitarbeiter, der nach diesen Dokumenten im System gesucht hat, er hat es zwar eingegeben, aber er hat vergessen, auf Enter zu drücken. Und weil er vergessen hat, auf Enter zu drücken, hat der Computer natürlich nichts ausgespuckt. Ja, und später hat er dann wahrscheinlich nochmal geguckt, dann hat er das Suchbegriff eingegeben und dann hat er sein Enter nicht vergessen. Und dann sind auf einmal 1000 Dokumente, er hat das System dann herausgespuckt. Ja, sehr interessant, oder? Hey, das ist doch lächerlich. Das ist so lächerlich. Was ist das für eine Ausrede? Das ist unglaublich. Jetzt hat Empower Oversight auch verlangt, dass diese Suchmethoden, die die SEC nutzt, dass die einmal genau offengelegt werden, weil die das nicht so hinnehmen möchten. Sehr, sehr interessant. Es geht einfach immer wieder Backpfeife ins Gesicht Richtung, wenn es um die SEC-Klage geht. Finde ich sehr, sehr gut, dass das passiert hier. Und bei Ripple vs. SEC, wisst ihr ja, hat Ripple jetzt mehrere Daten, mehrere E-Mail-Schriftverkehre rausgegeben, auch zwischen Unternehmen. Und es gab halt eine richtig positive Wendung in diesem Fall, weil Ripple hat diese Daten die ganze Zeit versucht zurückzuhalten, weil halt Informationen und Schriftverkehr mit ihren Partnern, Geschäftspartnern auch in diesen E-Mails zu sehen ist. Aber dort ist eindeutig zu sehen, dass 2012 Ripple eine externe rechtliche Beratung sich eingeholt hat, um zu bestätigen, ob XRP eine Security ist oder nicht. Und ein unabhängiger Rechtsberater hat ihnen dann gesagt, nein, es wäre auf keinen Fall als eine Sicherheit anzusehen. Und das wirkt sich natürlich jetzt positiv für Ripple aus. 2017 wollte ich schon sagen. Am 17. Februar werden diese Unterlagen auch der Öffentlichkeit preisgegeben. Und ja, eine Backpfeife nach der anderen für die SEC-Leute. Immer und immer wieder. Mal sehen, wie lange sie noch stehen können. Was war hier los? Das war mal so richtig interessant. Also 2006 gab es einen Hack bei Bitfinex. Da wurden Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden Dollar gestohlen. Und das FBI hat jetzt herausgefunden, wer diese Leute waren. Es ist eine Putin-Konspiratie-Krypto. Und die Russen haben vor 11, 12 Jahren angefangen, um die einfach-minded-Moronen zu kontrollieren. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Jetzt, was ist es, wenn es eine russische Konspiratie war? Just wie sie hackten und all diese Sachen, die sie gemacht haben. Was ist es, was ist es, 11, 12, 15.000, so etwas wie das? Ich habe Leute, die es bei 200 Dollar gekauft haben. Was ist es, wenn es eine russische Konspiratie ist? Die werden die Welt aus den finanziellen Markten überlassen. Also, er sagt hier tatsächlich, in einem anderen Video auch, dass er behauptet. Hier sagt er es zwar nicht, aber in einem anderen Video sagt er, er hätte Quellen, die besagen, dass Bitcoin von Russen entwickelt worden ist, von Putin entwickelt worden ist, um die US-Wirtschaft kaputt zu machen. Und er meint, es gibt genug Idioten, die das jetzt einkaufen. Und er kennt Leute, die das bei 200 Dollar eingekauft haben. Und die hätten halt jetzt viel zu viel Macht und könnten sehr, sehr hohen Einfluss damit haben. Und jetzt mal ein bisschen, um die Gerüchteküche hier mal so richtig zum Brodeln zu bringen. Ja, was ist denn hier los? Breaking Russian Government to recognize Bitcoin and Crypto as Currencies. Sehr, sehr interessant. Die russische Regierung will also Bitcoin und Kryptowährungen als Währungen anerkennen. Richtig, richtig interessant. Ich habe das jetzt noch nicht richtig nachgecheckt, ob da wirklich was Wahres dran ist. Habe nur einmal kurz danach gegoogelt und ich habe mehrere, mehrere Artikel dazu gesehen. Muss ich mal nachchecken, wie weitreichend das jetzt ist. Oder ob das nur eine kleine Info war, warum man das jetzt zum Elefanten macht. Aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Putin hat ja schon den Staatsorgan gesagt, die sollen damit zusammenarbeiten und Kryptos regulieren, statt es zu verbieten. Und ich denke mal, das ergänzt sich hier sehr gut damit. Was haben wir hier? Blake hat hier was sehr, sehr Interessantes rausgehauen. Schaut euch das mal an. Ich fand das sehr, sehr interessant. Jedes Mal, wenn die Tether-Dominanz nachlässt, fängt Bitcoin mit einer Rallye nach oben an. Das war hier das erste Mal, wo wir auf die 64.000 gekommen sind. Schaut euch das mal an. Bitcoin geht extrem hoch. Tether-Dominanz lässt extrem nach. Jedes Mal, wenn wir bei Tether eine Talfahrt haben, haben wir bei Bitcoin einen Berg. Also eine Bergspitze. Sehr, sehr interessant. Schaut euch das mal an. Starke Korrekturen nach unten. Tether-Dominanz geht hoch. Und das ist halt oft so, das sehen wir ja immer wieder. Wenn solche starken Korrekturen kommen, erinnert ihr euch noch hier in dieser Phase? Da haben wir bei einem getradeten Volumen bei Tether irgendwas mit 180 Milliarden gehabt. Und das geht halt in die richtige Richtung, wenn wir uns auch diesen Chart angucken, dass das hier wirklich Sinn macht. Und dass das eventuell in Zukunft ein guter Indikator auch dafür sein könnte. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir hier einen Tal hatten oder einen Tiefpunkt beim Tal bei Bitcoin, haben wir hier eine Bergspitze bei Tether gehabt. Und das ist da hier. Das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und das könnt ihr sehen. Und wo befinden wir uns jetzt gerade? Tether sieht aus, als ob er in Richtung runter gehen würde, während Bitcoin nach oben geht. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, ob da nicht nochmal so eine kleine Bewegung, so wie hier passiert eventuell. Dass wir so einen kleinen runter und hoch machen und so einen Double Bottom bilden. Muss es kommen, muss es nicht. Aber die Möglichkeit besteht, wie wir sehen können. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und das könnten wir eventuell in Zukunft auch als einen neuen Indikator nehmen. Und jetzt versteht ihr, was das Problem ist, was die Federal Reserve da angesprochen hat. Ist jetzt Tether wirklich 1 zu 1 mit Dollar gedeckt? Die lassen das zwar immer prüfen, aber von keinen staatlichen Organen. Das ist das Problem. Und ihr wisst, welche Skandale in Tether verwickelt ist und Bitfinex auch. Darum muss man da aufpassen. Was das mit dem Markt machen kann, wenn es sich hier bei Tether herausstellt, dass es doch teilweise Scam ist. Müssen wir mal gucken. Aber das Thema sollten wir jetzt auch nicht zu stark aufbrodeln lassen. Ich denke mal, in der Vergangenheit haben wir schon oft genug darüber geredet. Was ist passiert? Schaut euch mal dieses täglich gehandelte Volumen an. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wieder ein Fehler von CoinShard Trader Pro hier ist. Aber das letzte Mal, wo wir so ein stark getradetes Volumen hier hatten, war in dieser Phase hier, wo wir runter korrigiert haben. Dort haben wir runter korrigiert und da haben wir ein riesen Handelsvolumen gehabt. Was ist danach passiert? Wir sind hoch mit einer Zickzack-Bewegung, haben das neue All-Time-High gebildet. Und schaut euch das mal an, wo wir uns jetzt befinden. Das RSI macht einen kleinen Knick nach unten. Wenn wir auf den Weekly-Chart gehen, sehen wir auch eindeutig, dass wir hier einen Ausbrecher nach oben haben, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Denn das hochgehandelte Volumen zeigt uns einfach, dass große Nachfrage auf dem Markt gerade besteht. Würde sich auch damit ergänzen, was wir gerade beim vielen Greed-Index gesehen haben. Wenn ich auf den Daily zurückgehe, schaut euch das mal an, wir haben wieder eine Kreuzung des 100er Moving Averages mit der 200er Moving Average. Und wie oft passiert sowas? Das passiert nicht sehr oft. Sowas haben wir hier einmal in einem Bärenmarkt gehabt. Wir haben den einmal hier nach unten gekreuzt, hoch, teilweise schräg gehalten und dann haben wir wieder einen schönen, schönen Anstieg nach oben gehabt. Und wird jetzt hier genau das Gleiche passieren, wie hier. Befinden wir uns in so einer Phase und die richtige Rally steht uns noch bevor? Glaube ich nicht. Ich glaube eher, wir machen bald sowas hier. Denn wenn die 100 Tage Moving Average, die 200 Tage Moving Average hier nach unten kreuz, dann gehen wir wahrscheinlich in einen längerfristigen Downtrend. Ob das jetzt so ein Kryptowinter wird wie hier, müssen wir mal gucken. Das Gleiche ist hier auch passiert. Jetzt schaut mal nach dem 2013er Buran einmal hoch, runter und dann sind wir eingesackt. Ich glaube mehr, dieses Szenario hier oben ist wahrscheinlicher als das, was sich hier bildet, bevor wir nach oben gehen. Denn den Run haben wir schon gehabt. Sehr schwer für mich vorzustellen, dass wenn Bitcoin von seinem Market Cap auch her die höchsten Binance Tracements erreicht hat, dass wir jetzt noch hier einmal nach oben schießen. Ihr wisst, worauf wir warten. Wenn wir uns jetzt noch einmal angucken, was wir hier gemacht haben, schaut euch das mal an. Sehr interessant, wie wir immer wieder die Fibonacci AMA Ribbons hier antesten. Wir haben jetzt erstmal hier Support bei der 34er, wie wir hier sehen können, schön nach unten, sind hochgegangen, haben jetzt hier die 89er Fibonacci AMA Ribbon angetestet, sind runter und halten uns wieder über der 55er Fibonacci AMA Ribbon, wo wir hier Support sehen. Resistance, Support immer wieder in diesen Bereichen. Das ist sehr, sehr interessant. Jetzt abwarten. Flaggen wir jetzt ein kleines bisschen seitlich und haben dann die Korrektur hier hin oder geht das einfach weiter hoch? Sehr, sehr schwer zu sagen. Abwarten, Tee trinken und den Ride genießen, Leute. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream, Leute. Und Crypto Heroes out!